Hallo und herzlich willkommen zu Curse the Eye of Isis, ein Third-Person-Survival-Horror-Action-Adventure aus dem Jahre 2003 und los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist alles gut. Ich werde eine Kollegin treffen. Sie hat mir eine Prüfung. Ich bin froh, dass wir keine Prüfung heute Morgen haben. Wir haben keine Prüfung heute Morgen. Alle Museumstaben sind gerade helfen uns mit unseren Inquieren. Herr, bitte nach Hause. Meine Oficierungen werden mit der Situation behandeln. そう war es. Ja, so sieht's mal aus, ne? Ähm, oh. Und schon startet das Spiel. Hier liegt was. Eine Lampe. Schön. Kann man immer gebrauchen. Hm, von der anderen Seite verschlossen. Aha. Kommt mir bekannt vor, ne? Hm. Der guckt nochmal irgendwo hin und da ist nicht mal was. Das irritiert mich. Nichts. Tü-tü-tü. Ich bin Abdul-Wahid, Sir. I am honored to have worked with your father on his many expeditions in my country. You know my father? I've never heard him talk of you. Not when he was capable of talking lucidly, anyway. Please, Darion. He knew me well enough to entrust me with these papers. See, they are written in his own hand. You must take them and read them quickly, for his words will help you much faster than mine. I shall read them as soon as possible, but I have other concerns at hand. I am looking for a friend of mine. Miss Victoria Sutton. Ah, yes, Miss Sutton. Indeed, I met with her briefly in the library earlier. However, I believe that Campbell, the curator, has since locked the atrium. And that is the only way through. Please, if there is anything I can help you with, I may take care of your possessions or give you some advice. You will find me here, waiting for you. Oh, Inventar. Schönes Ding. I'm going to go out of here. Dankeschön. So, here is, I believe, something else. Menthol. Salz. Riechsalz. Das ist wahrscheinlich irgendwie was für die Energie oder so. Ja, und hier ist Abdul. Abdul ist hauptberuflich Speicherpunkt. Da können wir nämlich das Spiel speichern. Ja, und hier geht es dann irgendwann mal weiter. Bis dann. 完ohn. Von. Auf Wiedersehen. 까on. Carange. Da. 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 Da.